Ja, und da geht's weiter. Hier ist Teil 2 von dem 15er Hubraum des Spezialkabs, der dank der langen Strecken hier unter der langsamen Karts nicht mehr reinpasst, der Regenbogenboulevard. Wow. Da fällt mir auf, wie cool er doch noch aussieht. Ich finde sowieso jeden Regenbogenboulevard richtig cool. Nee, also das geht auch nicht da draufdrücken, wenn grün erscheint. Nee, das muss anders gehen. Ich probiere mich einfach mal aus in den Rennen. Scharfe Kurve, yeah. Das ist ja nur einfach, wenn man hier mit 50ern fährt. Didi, halt die Klappe. Obwohl der vom SNES ziemlich krebserregend war, also der Rainbow Boulevard, Rainbow Road. Das ganze Spiel ist immer sehr gefährlich. Da hier eben selten... Also ich meine, hier ist ja eh nie eine Absperrung bei den Strecken. Didi, 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 didi. Danach würde ich dann gleich den 100er fahren, so einen Spezialkab und dann die 150er. Und da lag ein Stern auf der Strecke. Scheiße. Bip, bip. Ich wollte in zwei Jahren, Mann. 1,19er ist hin und vorne nicht mehr in den letzten, also in den ersten Part gepasst. Nie im Leben. Dank Bowser sehe ich hier so viel, nämlich gar nichts. Das ist halt auch ein Riesenpanzer. Soll ich denn damit? Die brauche ich doch hier nicht. Wo kam denn die Banane her? Bei mir war die aber nicht. Yeah, das ist das cool an der Strecke. Hier liegen ab und zu mal Sterne rum. Sind ja gerade die, die vom Hügel fallen. Werden die auf die Strecke fallen? Oh, ey, ich mache es so spannend. Wie oft bin ich jetzt schon fast runtergefallen? Ich glaube, dreimal in diesem Cup. Sag mal. Ich mache das echt nicht mit Absicht. Da vorne ist doch wieder ein Stern gelandet, oder? Ne? Ich habe mich vergobt. Wird nicht, ich falle nochmal hier runter irgendwo. So wie ich gerade fahre, ist das mit Sicherheit annehmenbar. Gott, ist der Vorsprung riesig. Damit hätte ich sowas von drei Sterne bei Mayukatwi. So, brauche ich ja nicht. So, Regenbogenstar. Yeah. Ich finde sowieso Regenbogenfarben richtig toll. Also, deswegen sieht man, hat man auf meinem Kanal auch relativ oft irgendwas mit Regenbogen gesehen. Es gab ja mal einen Background von mir, das ist ein bisschen her schon. Der war richtig Regenbogenmäßig angelegt. Das ist schon sehr verwirrend auf so einem Kanal, muss ich ehrlich sein. Ich weiß nicht mal, ob das was, ja, mit Jeff zu tun hat. Das glaube ich aber nicht. Aber dass er alle, dass er Rainbow Hair Warrior heißt, verstehe ich gar nicht. Er hat nie alle Regenbogenfarben in den Haaren. Das ist irgendwie Schwachsinn. Jetzt hat er da sowieso schon lang kein Blau oder sowas mehr drin gehabt. Immer grün oder blond oder schwarz. Also blond-schwarz ist er jetzt im Moment. Eine Hälfte blond, die andere schwarz. Finde ich, sieht auch cool aus. Oder mal, dass das Alpua bei der TNA wieder war, am Anfang. Gib her. Hatte er ja kurze grüne Haare. Das fand ich sowas schon eklig. Boah, konnte ich gar nicht leiden. Und man kann bei ihm immer sicher sein, dass er sich nach ein paar Wochen die Haare wieder gefärbt hat. Von daher muss man sich da nicht dran gewöhnen. Du 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 du. Ey, da kommt so ein Stern runter. Wieso ist da keiner liegen geblieben? Frechheit. Ja, ich sag ja, das hätte ja hinten und vorne nicht gepasst. Dann werde ich wohl auch die anderen cutten müssen, denn das ist ja jetzt schon, wer weiß wie lang hier. Na ja, umso besser. Bin ja gespannt, was wir hier bekommen, was wir gewinnen, wenn wir die Siegerehrung hinter uns haben. Oh, der ist schick. 13-10, das kann ja wohl nicht stimmen. Ach, es gibt einen Abspann. Ah, 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 ah. Kann ich den wegdrücken? Ja, ich kann. Danke fürs Spielen. Ja, toll. Das werden wir jetzt immer sehen, wenn wir den Special Cup gemacht haben. Gewinn ich irgendwas dafür? Ich denke ja. den Willi-Blaster. Für die, ich glaube, für die kleinen für die kleinen Fahrer, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Naja. So, Leute, das war der 50er Hubraum Special Cup. Spezialkup. Ich spinne immer im Englischen. Im nächsten Part werde ich dann den 100er Spezialkup machen. Also, bis dann.